Ey Flo, hast du was getrunken? Also, sieh wie du fährst und ist... Ja, ich... Das Ding, das... Mein Teil schlägt aus die ganze Zeit. Also mein... Äh, ja. Ja, okay. Nee, also... Da fehlt noch ein klein wenig. Wie viel denn? Bahnhof. Der Bahnhof fehlt noch? Für das nächste Case brauchen wir 54.000. Kannst du dir doch irgendwas verkaufen, was wir jetzt gar nicht brauchen? Ja, ich bin grad auf dem Weg zum Bahnhof Rapsverkauf. Ah, okay, ja. Hier war doch ein Bild, wo Bahnhof draufstand. Also, von der Breite her ist es grad ein Stückchen breiter wie der Case. Ja, aber es gibt noch was ganz Großes im Mähwerk. Äh, Schneidwerk meine ich. Passen die da alle an den kleinen Case? Hm, nee, ich glaub das Größte passt glaub ich nicht ran. Oder? Doch, die passen alle dran. Passt jedes Schneidwerk an jeden Mähdrescher. Spurrrr. Auch sehr realistisch, ne? Warum achte ich immer drauf, dass ich das richtige Mähwerk zu dem richtigen Drescher kauf? Weiß ich nicht. Mach ich auch, aber. Weil's besser aussieht und weil's im Real Life meistens auch so ist. Ja. Dann mach ich's nicht verkehrt. Ha. Ähm, soll ich jetzt noch hier kurz hier unten warten, bis der Raps verkauft ist? Kannst du eigentlich machen. Damit du es gleich mitnehmen kannst, ne, das Mähwerk. Ja. 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 Warte mal kurz. Dann stell das kleine Mähwerk in das Verkaufsding rein. Hab ich schon. Wenn du aufs Große warten willst. Ach ja. Schau mal, ob du verkaufen kannst. Ich denk mal, ich hab's jetzt richtig eingestellt. Jo, geh ich gleich mal hin. Äh, Map, wie öffne ich nochmal die Map? Neun. 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 Ah, danke. Bauerei. Hast du's verkauft? Ja, warte, warte, ich geh hin, ich geh hin. Der Drescher stand schon wieder auf der anderen Seite. Eieieiei, das war doch nur ein gutes Stück. Wo musst du hin? Bahnhof. Das ist ein Bahnhof? Ja. Ach, da unten. Ach Gott, ja. Ja, das ist ein ganz gutes Stück. Ja, das ist ein ganz gutes Stück. Ich bin grad hier am Shop. So, grad verkauft. Ja. Boah, der zieht sich ja nicht hoch, ey. Das gibt's auch nicht. Scheiß Hügel hier, ey. Wie viel gab's für das Ding? Zwölfeinhalbtausend oder so. Das müsste eigentlich schon reichen dann. Ja. War noch schnell, noch schnell wie ans Feld ran. Was macht Shadow eigentlich? Äh, häxeln. Selber. Im Lamborghini? Ach so, mit dem Helfer drin, ne? Oder? Den Anhänger jetzt entweder abkuppeln und dann Maishäxler dran machen. Ich wollt schon sagen, ich hab den Helfer nämlich eben grad ausgeschaltet. Also jetzt sind... Du musst dabei sagen, ich bin 29% voll. Wer ist da runter? Jetzt haben wir noch 6000, ne? Ja, ich sammle jetzt schon wieder Stroh hier ein. Gott. Ich hab mir irgendeiner ja jetzt ziemlich beschissen die ganzen Strohbahnen gelegt. Ach so, das haben wir noch mit nem kleinen Meter schon gemacht, ne? Verwaltenmeister. 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 Haben wir keinen Schwader? Nein. 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 Da fangen wir kein Geld mehr jetzt. Würde ich mal tippen. Ne, 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 ne. Ja, da muss ich ein bisschen improvisieren hier. Aber das geht ja auch. Improvisieren kann ich. Muss hier alles abstecken. Muss hier alles abstecken. Muss hier alles abstecken. Muss hier noch mal unbedingt updaten. Wieso? Hast du noch ein paar Bäume mit Kollision drin? Ja. Cool. Ich hab schon einen Follower. immerhin ich freue mich ja ja ich meine ich kann es der linke sondentrenn du kannst ja ein spiel in die video beschreibung mit reinpacken ja die idee wenn ich es dann endlich mal hinbekommen habe bei two worlds 2 mein account wieder zum laufen zu kriegen würde ich das auch erst mal live streamen was sind denn two worlds eigentlich Art of Warcraft oder ich habe schon ein paar let's plays dazu gesehen es ist eigentlich richtig geil aber das richtige feeling bei dem game muss ich sagen kann wirklich auch wenn du es auf drei bildschirmen zockst okay aber es heißt noch two words und nicht three words ich musste über die brücke mit dem case das geländer ist etwas höher und wie das mähewerk am höchsten ist also musste ich mit den vorderrädern vorderrädern in der luft in der luft nur noch mit den heckrädern antrieb und dann so also normalerweise ich bin da damals über feld 16 zu feld 24 gefahren bin an feld 24 am rand entlang gefahren wegen den bäumen und bin dann über feld 24 wieder auf die wiese drauf mit dem mädrager hier ich fahre über die brücke ja was hast du denn du für ein mähwerk vorne dran kannst du das nicht irgendwie nee leider nicht nein da kratzt es wer kratzt wo kratzt es da kratzt den ganz großen für den ganz großen case und die ganz großen case mähwerke haben wir nicht genug geld weil er hat man nämlich 380.000 gebraucht dann was hast du jetzt gewollt den kleinen case mit dem dazugehörigen mädrager in der axel flow 7 130 ja kann es aber gut ablesen ja das kann ich noch wobei ist das gleich voll das war 80 prozent ja 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 bin unterwegs brecht euch keinen ab bis jetzt 80 prozent 82 81 81 80 kannst du nicht lesen ja ja doch ja ich habe probleme mit meinem puma in den berg hochzukommen sie hatten ja so probleme ach und florian fällt sich wunderts für hier für prozentzahlen um uns schmeißen das ist immer noch links die anzeige gelb und weiß ist mittlerweile erkenne ich es auch jetzt zum glück wieder aber irgendwer wollte gerade noch was sagen weil ich gesagt habe diese heißen das spiel tour was wenn waldmeister drei bildschirme hat immer wurde dazu was noch sagen ich glaube es war ich glaube ich kenne nur ein threesome äh egal es gibt 2 2 1 2 und ich habe mal irgendwas von einem 2 worlds 3 gelesen ok aber weiter als 3 ich habe gesehen vielleicht gibt es demnächst die ankündigung für far cry 4 für fallout 4 far cry 4 wird ein bisschen städt du was ist far cry 4 schon draußen was das habe ich schon angekündigt ich bin auch gleich voll ne ich bin auch gleich der hat ja seinen eigenen ja beim hexagut würde ich aber nicht auf 100 prozent gehen sondern bei 99 aufhören höchstens spätestens spätestens bei 99 frühestens bei 97 ich habe bei bundes 98 aufgehört rote armee fraktion entierungen dass die rote armee funktion die rote armee also zwei rote mädrescher die rote case fraktion bleibt ja nicht fernstehen nur ein ich mir schön weiter während du mich abtankst wie konnte ich noch mal hier auf der 1 wird langsamer gemachten dann die drei drücken so und stellt es auf 10 km h war das und charlie ich würde dir empfehlen in dieselbe richtung zu nehmen wie ich also quasi immer in der gleichen bahn im uhrzeigersinn ja weil ich fahre immer ums feld drumherum ok aber fahr die bahn jetzt noch zu ende ich werde mich jetzt aber auch quasi gleich verabschieden weil so langsam ins bett muss das ist ok charlie wir sind ja froh dass wenigstens noch ein bisschen da war es noch mal ja 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 das ist schön nix fangen wir auch früher an wenn wir alle ihre mods installiert haben der rutscher wieder steht dann und so ein bisschen vorlauf wäre ganz cool ja ich weiß du hast du was die trocken also sind du fährst du bist ja ich das ding das mein teil steckt aus die ganze zeit also mein ja bei mir steht bei mir schlägt die cpu aus ja das ist dann aber traurig ja hallo ich tun ich habe jetzt den ls server laufen ich habe den livestream laufen tun auch sehr überzeugen ja da wird mein cpu kurz anfangen zu lachen und dann wird es ruhig fahren was was würde deine cpu mein cpu kurz lachen genau genau nie genau also nichts weil das nächste mal gibt es mir vorlauf keine sorge das war jetzt heute irgendwie ein bisschen spontan war auf einmal das ist cool freut mich bei mir bestimmt mehr als bei euch oder wegen wegen morgen schreiben wir dann quasi ja noch mal ja da gibt es noch mal ein bisschen vor als action und so cool machen wir sind weil er auch lust und also um jetzt ist der umzug hier geht er los kannst du stehen lassen um 14 11 bis 12 besoffen also ich kann immer nur abends das ist nur das ist die rolle channel ach der frevel ist man auch wieder wegen ja wir sind doch immer alle da hier